so und weiter geht's so wollen wir gucken ich wurde darauf hingewiesen dass ich wieder zurücklaufen sind und noch was übersehen hat das nehmen wir natürlich alles mit das werden wir bestimmt irgendwann später alles sie brauchen gehen hier dürfte ja eigentlich kein alien monster mehr kommen hier ein bisschen rein finden hier wie war das ich sehe das nicht wieso geht das nicht hey muss ich mal aufklären oder hier ja wie war das hier so zack 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 aber jetzt ja jetzt jetzt warum das ähnlich in die Augen hätte weiß ich nicht ich soll denn mal gucken ich glaube hier war das und dann und dann und dann und dann und dann so da wollen wir mal gucken boah ist das laut hier so das auf alle fälle liegt hier noch irgendwas nee so da ist irgendwas grünes ich will mal gucken kurz da ist schon was rausgenommen wie es aussieht so so dann nochmal rein und hier war irgendwo ein eingang Toiletten genau hier das habe ich alles übersehen aber jetzt nicht mehr jetzt haben wir alles na da ist noch was so und hier entlang so noch irgendwas so nee das müsste es jetzt hin ich hoffe noch ein paar schon mal als wie immer so da geht es nicht lang ach ja jetzt muss ich ja B drücken klack klack und dann äh zeigt er doch mir den Weg soo hier 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 na ja ja dann zieh mich da wohl da drauf aus dem zee aber jetzt haut's hin da war ich bestimmt vorhin zu weit weg oder so weiß ich nicht habe ich hier irgendwas vergessen hier irgendwas ne sieht nicht so aus soo dann geht es hier bestimmt lang da können wir ja mal auf die drücken ja hier geht es lang soo öffnen jetzt hier lang hier liegt auch was aufnehmen jawohl soo dann werden wir hier wieder speichern erstmal soo annehmen jaaa soo soo annehmen jaaa 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 mit weiter gehts aha nach rechts vorstuhl hohohohoho das gefällt mich ja schon mal ja O.C GBA ok ok gut na wuuu Hilfe Ja da ist wer da ist da ist ah scheiße da ist nur noch wer oh 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 nachladen nachladen oh gut oh gut noch wer wer will noch Schläge haben Mann das hier fällt mir überhaupt nicht so wo muss ich lang aha ah jetzt kann ich ja mal was auftreten lassen so aufnehmen haben die Fischer nicht auch immer irgendwas dabei gehabt ja ich trau mich gar Alter lasst mich in Ruhe ich hab dir nischt getan ach da ist ja wieder einer guck an hier bam weg mit dir und zaz ha 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 ja ja mit mir nicht Jungs jetzt kann ich hier irgendwas aufnehmen nicht dass ich wieder was vergesse huch jetzt hat mich verdrückt was sagen wir denn hier ne Loch ui 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 da war was hab ichs oh ich verdrück mich denn dauernd hier man so b drücken zur Tür da ist doch schon wohl er wett wo bist du wo bist du ich mach dich kalt ach scheiße jetzt aber ja jaaa ich mach euch fertig ja zack komm tritt auf den drauf aaaah stampf marinale ja meine Fresse hier da wer lacht da gebt sich zu lachen da gehts lang aber vielleicht übersehe ich dadurch wieder was alles muss ich doch mal hier mich umgucken da ist schon mal ne kiste und ist auch was was muss ich da auch e drücken jaaa ach midi pack brauche ich das jetzt wie war denn das jaaa dann nehmen wir doch einmal kann ich das nochmal irgendwie anders benutzen ich weiss das jetzt ja auch nicht mehr noch ein midi pack noch ein midi pack ne hier schwört doch irgendwer wo mich hört doch das die die dinge wo ich bin doof hä kein kommentar da da oben was haben wir hier schönes noch ne tür da ist nischt da liegt wat da müssen wir mal gucken ob er das hier irgendwie benötigt schlüssel ach das ist im lager ja was er gesagt hätte hm 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 also will er runter bin ich jetzt hier richtig ja da will ich mich nochmal wieder drücken ich will schon wieder nicht mehr wo ich ach ja ne ne ist wieder falsch da muss man lang hat das einen hin da ne jo wieder hin hm ach nachladen 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 oh junge hier liegen ja schon leichen war ich hier schon mal muss ich das jetzt verstehen das auch kredits ah stopp wo muss ich denn jetzt hier hin ach ich hab ja 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 eine tastatur ja dann weiß ich ja wo ich lang muss ja wusste ich's doch wusste ich's doch wusste ich's doch wusste ich's doch was für mich nicht mit mir was nu was nu was nu ach ja komm komm du bist auch ne dröhnung ja ja haste weg ja da wo nachladen wieso zieht der noch wieso hat der noch gezielt Alles aufnehmen, Text-Log Aha, aha, aha Aha, 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 aha Ach, du gut, du gut Aha, warte, 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 wie komm ich da wohl raus? T-T-T-T-Tab, Tab-Tab-Tab-Tab So, hier haben wir wieder was Aufgabe schon erfüllt